Hallo zusammen, weiter geht's mit meiner Challenge in Dark Souls 3 mit Fäusten und Peitschen. Ich habe oft gern in der Stadt meine Seelen in Level investiert und den Knochenstaub abgegeben und hoffe jetzt mal, dass nach dem mühseligen Aufstieg zur Balliste ein wenig Ruhe einkehrt. Na toll. Bevor es losgeht, noch eine kurze Info vorweg. Aus irgendwelchen Gründen dachte sich diesmal die Technik, wie Spielsound aufnehmen für das bisschen Geld. Bist du bescheuert? Weshalb ich jetzt leider für diese und nächste Folge keinen Ingame-Sound habe. Ja, tut mir schrecklich leid. Ich hoffe, die Folgen sind trotzdem unterhaltsam. Naja, wir springen jetzt zurück ins Geschehen. Wo war das gleich nochmal? Ach ja. Wo, 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 wo. Wie soll ich denn da in Deckung gehen? Oh, verdammt. Versuch mal an ihm dran zu bleiben. Wie hat mich das getroffen? Oh nein. Ach. Oh, das war knapp. Autsch. Oh. Okay, heilig. Und rollen. Sehr schön. Rollen? Was? Du Sack, komm her. Nein, 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 nein. Irgendwas passiert. Er rastet da aus. Okay, was soll ich denn dagegen machen? Oh nein, es breitet sich wieder aus. Oh, weg, 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 weg. Ähm, ja, okay. Gehe hier mal ein bisschen in Deckung, ne? Ich chill hier mal ein bisschen. Ich habe leider bei beiden noch nicht so viel Schaden gemacht, wie ich eigentlich will. Ist er gestaggert? Nein, 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 er macht irgendeine Kacke. Okay, weg, 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 weg. Feuerring. Nein! Roll dich! Komm, ey, ich werde da nicht gegen so einen dämlichen Dämon verlieren. Oh, das war schmerzhaft. Das war auch schmerzhaft. Lass das! Und jetzt? Okay, hinten dran. Und boxen, 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 boxen. Sehr schön. Aha. Ich bin mir zu gierig. Genau das meine ich. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Ich habe nicht mehr viel Heiltränkt. Ich muss aufpassen. Ich habe nicht mehr viel Heiltränkt, ich muss aufpassen. Komm du noch mal her, mein Freund Schön auf den Schwanz Okay, weg, 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 weg Er hat nicht mehr viel, er hat nicht mehr viel Was kommt jetzt? Oh nein, der Feueratem Komm ich doch noch weg Oh, knapp Und ran Genau Au Kann ich das machen? Kann ich da drüber? Spring, nein Okay, jetzt heißt das langsam Alles oder nichts Kann mich nicht mehr heilen Schön rollen Okay Run Was kommt jetzt wieder? Feuerkugeln Ja Laufen, 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 laufen Schön, dass er da durchspucken kann Komm her, komm her, komm her, komm her Ausweichen, sehr schön Ich weiß nicht, was er macht, aber ich klopfe einfach auf ihn ein Au Er liegt am Boden Auf ihn Oh Sehr schön Seele des alten Dämonenkönigs Sehr gut Okay, haben wir geschafft, first try Easy War doch gar nicht so schwer Sind nur fast tot gegangen, aber Alles gut Und Feuer Gebe ich auch gleich mal die Seelen schnell aus So, wo ist hier unsere Tante? Da Aufsteigen So, Konditionen haben wir bald auf 25 Ich brauche 14.500 Seelen Kriege ich das noch hin? Kriege ich mal gerade Ja Nein Müsste jetzt passen Genau So So, dann haben wir jetzt auch 25 Ausdauer Und ab jetzt werde ich auf Schaden gehen Und dann reisen wir jetzt mal zurück Schauen wir mal, wo es jetzt hier weiter geht Aber ich hoffe, dass das Gebiet mal bald zu Ende ist Weil Ehrlich gesagt habe ich nicht mehr ganz so viel Lust auf dieses Gebiet hier Es ist auch ein wenig ätzend Oh wei Ich weiß gar nicht, ob ich noch mal eine Feuerresistenz drin habe Ich glaube nicht Probier mal die Peitsche hier ein bisschen Kann die Die Säulen Zum Vorteil Au Okay, der nutzt die Säulen auch zum Vorteil So viel Feuer, ey Komm ich an den dran? Ey, wie viele Kugeln macht der bitte? Musst du mal hier mit? Ich will hier nicht gegen deine Feuerkugeln kämpfen Oh, oh, au Ja, ist okay, ey Komm her Zack Kleine Titanitscherbe Moment, jetzt kurz nach dem Ring gucken Genau Da nehme ich gerade mal den Feuerresistenzring rein Ich glaube, das bringt uns hier ein bisschen mehr Hier ist noch ein Item Oh, eine Glut Und hier geht's runter Gibt es hier noch? Nichts? Doch Ein wenig verzweigt das Ganze hier Oh, shit Der murmelt irgendwas Das gefällt mir gar nicht Oh, Gift Und ohne Ohne Ende Ah, ich seh nix mehr Mehr Zack, okay Die Peitsche ist immer noch gut gegen die So, wo seid ihr? Kommt her Zack Zack Und Zack Und heilen Da kommt Oh, Ulter Schwede Machen die Gift Schaden Okay Wo ist der Letzte? Da Er hat ja nichts mehr Okay Alles klar Haben wir die jetzt auch Da geht's nochmal runter Gehen wir wahrscheinlich da dann hin Oh, Gott Das sind ja überall diese Folia-Kugeln Gibt's hier Uah Hammer Das war jetzt aber ganz schön Spontan Oh nein Er hat mich gepackt Ich bin so tot Hat der sich gerade geheilt? Auf damit Ist irgendwie Enrage oder so Das gefällt mir nicht Na Lass den Quatsch Komm her Okay Wann machen die einen Schaden, ey? Was ist denn den? Der chillt er einfach Okay Das ist schon wieder Oh, diese Findest du witzig, ne? Das findest du echt witzig Weißt du, was ich witzig finde? Dich durch die Wand abzuschlachten Komm her Zack Das ist noch einmal Ja Verpasst mir eine neue Frisur Dankeschön Oh Was bist du für einer? Ist tot Alles klar Da ist noch so ein Feuerspucker Oh nein Und da sind so Oh Geht sie gerade weg Natürlich Feuer Macht jetzt Gegen die natürlich Kaum nur Schaden Mist Was mach ich denn da jetzt? Ich will noch meine normalen Faustwaffen Ob ich mit denen hier besser klarkomme Okay Nicht jeglich 19 Schaden Ja Ein bisschen mehr Schaden machen die Der nervt Komm her Okay Der ist schon mal weg So Chaos Faustwaffen Alles klar Oh Noch mehr Blut Gibt es hier was? Nein Abgrund Wette mal keiner drüber springen Aber ich traue mich nicht Scheiß drauf Ich traue mich Hätte ich es nicht gemacht Oh Gott Oh Gott Wo bin ich? Ganz locker Bleiben hier Mein Freund Moment Ich wüsste jetzt zugehen Wo ich bin Scheiße Man Wie soll ich das gemacht? Äh Ach ich Ne Doch Ich glaube ich weiß wo ich bin Ja Nein Vielleicht Ja doch Ich weiß wo ich bin Jetzt muss ich mich hier durch das ganze Gebiet wieder kloppen Natürlich nicht so geil Der ist weg Der auch Also zum Titanit Scherbenfarm ist das hier echt mega Bin ich kaum ein besseres Ort bis jetzt Zum Feuerspucker Eins Zwei Drei So Es muss hier aber da oben wieder hin Passt eigentlich ganz gut Weil Dieses Gebiet da hinten Das habe ich hier auch noch nicht gemacht Ich denke das gleich auf einen Schwung mitnehmen Bin sonst immer da links rein Jetzt gehe ich diesmal gerade aus Uh Gerade aus Wollte ich sagen Ja genau Jetzt bin ich hier Okay Das heißt ich muss da hinten hin Um an das Item zu kommen Und dafür muss ich an dem Vorbei Oh nein Sterben möchte ich aber jetzt nicht hier Oh nein Da kommt hier noch einer Au Zwei Stück Na Prost Mahlzeit Au Die halten auch noch so viel aus Wir haben auch da rumzumeggern Nur noch eine Ist das vollkommen Mal wieder Gehen durch die Wand Die sneaky tactics hier Das ist schön ausnutzen Dass ich Reichweite habe Au Nein 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 da ist noch einer ich will nicht gegen die feuerkugeln kämpfen ja genau die die du da so schön am machen bist die ganze zeit ich den backstab yes kann ich und zack nochmal rein und rollen und rollen und die kombo nein okay hey mein meister ist tot schwindet und ich hab wieder keine halt rein ja ist das nicht klasse aber ich glaube wir sind hier eh fast durch mit dem gebiet ich hoffe nur dass jetzt hier nicht irgendwie noch was mega fieses kommt wie zum beispiel sowas ja ganz genau ich glaube ich mal schön auf den einen ah warte mal gegen die kann ich ja die attacke mal hier probieren okay das macht genauso wenig schaden ist einfach stumpf auf die einen prügeln alles klar oh das hat sich gelohnt unter den knongensplitter sehr schön ich versuch's nochmal oh nice ne estus scherbe sieht so aus als müssten wir uns unseren weg hier durch kämpfen na dann mal los bis zum nächsten Mal 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 Na endlich, so sind wir jetzt hier, also hier geht es zurück runter Hier sind wir gerade durch, jetzt hier, oh, okay Näh Näh Okay Ähm, ja So, ja, ich denke ich werde den Part für heute hier an dieser Stelle beenden Wir haben ganz gut was geschafft, wir haben einen Boss erledigt, wir haben die Ruinen abgeschlossen Wir sind durch dieses dämliche Drecksgebiet vor allem durch Das ist jetzt komplett abgeschlossen, da bin ich sehr froh drüber Ich weiß nicht, wieso das so schwer für mich war, aber irgendwie hätte das echt Tücken gehabt Aber, naja, gut, kann nicht alles easy peasy sein, ne, von daher Ja, ich denke jetzt beim nächsten Mal wird es dann bei, bei der Abzweigung von, ähm, hoch für, ähm, wollen wir dann weitergehen, genau Und, ähm, ja, schauen wir mal, was dann da auf uns wartet Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da Kommentare in den Kommentarbereich und, ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal Macht's gut, bis dahin, ciao